Ich muss noch ein bisschen was besorgen, so fürs Mittagessen und Pfeu versorgen und ja, mal gucken, was ich da so finde. Genau das hier gibt es heute zum Mittagessen. Eine Pizza. Tiefkühlpizza. Passt genau. Hab nichts anderes im Kühlschrank deshalb. Ja, nice. Da hab ich auch ein paar Aufbackbrötchen besorgt. Passt ordentlich. So, die wundern sich hier, was ich mit meiner Kamera mache. Ich hab noch nie mit einer Kamera in einem Supermarkt gesehen. Ne, ich auch nicht. Was brauche ich noch? Ich brauche noch Sahne, Sauersahne. Ist dort. So, und was haben wir denn da? Stolz und Vorurteil. Und natürlich Zombies. Perfekt. Klingt perfekt. DVDs und CDs in einem Supermarkt. Okay, nice. Guck mal, Rotkraut. Gurken, Essig-Gurken. Nice. Und was brauche ich noch? Laucherns brauche ich noch für die Durchlauchtigkeit. Schau mal auf das doch kriegen hier. Ich fühl mich so verdammt dämlich hier mit einer Kamera durch den Supermarkt zu laufen. Meine Kamera hat auch nur noch elf Prozent. Die ist bald alle. Mal sehen, was ich noch drauf kriege. Ein Queenie. Ein Lauch. Yum. Tote. Eis. Ne, lass mal Zwerg, da wusste Fett von. Kein Eis. Nein. Weg da. Eis. Darf mich nicht gönnen. Ne. Lieber nicht. Gönnen mich hier alle blöde an. Zu Recht. So ein Zwerg mit einer Kamera in der Hand. Sieht man nicht alltäglich. Aufnehmen hier. Hier. Max Giesinger. Hier. Für. 9,97 Euro. Auf jeden Fall. Deathpool. Hier. Im Supermarkt. Für 14,97 Euro. Ich habe aber nicht so viel Geld mit. Scheiße. Das brauche ich noch. Muss mir mal merken, dass es hier gibt. Davon habe ich in letzter Zeit auch sehr viel gegessen. Von den Fertiggerichten. Flecken. Flecken. Süß. Sauer. Ein bisschen. Alles Mikrowellengerichte, die man halbwegs gut machen kann. Das muss ich sagen, dass er mit einer Zinskühl kauft. Das schmeckt nicht so lecker. Diese Tiefkühlen hier. Das ist nicht so mein Ding. Aber sowas, ich denke ich, das kann man so gut machen. Das kriegt man hin. Die rauscht die ganze Zeit irgendwie so eine Kühlanlage hinter mir. Ich glaube, man kann mich sehr schlecht hören. Guten Rust. Schmerz. Lecker. Fleischbardis. Nee, wir ist noch nichts für kleine Zwergis. Nimm ich. Wenigstens ist dann Julien auch vertreten hier. Ähm. Das ist so mein Regal. Das ist mein Regal. Bin nicht so alkoholisch. Fanta. Cola. Na. Mach ich nicht so. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall hier mal ein Pannenfächer. Achtung Unfall. Brauche Hilfe. Was zum. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist meine Herren. Bermuda. Unbedingt. Löffel, ich löffel dich gleich, ach wie süß, kleine Kinderschuhe, die passen hier, ja, passt, ja, passt, wieso, locker, easy, könnte meine Größe sein, vor die mich hier noch rausschmeißen und mir Hausverbot geben, hier, ähm, sag ich mal, beende ich dieses Video, lieber mal, schnell, und, ja, da mich noch umsatz euch gefallen hat, ich hab keine Hand frei, ähm, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, gehabt euch wohl und haut renne, bis zum nächsten Video. Was macht ihr hier, so, mach euch dann mal, äh, Mikrowelle warm und dann, gibts, essen, erst mal vorhetzen, ordentlich, sag, so, so, extra scharfe Piperoni-Pizza, äh, rein, und dafür, und, so, Auf geht's, start, so, So, schreibt mal, mit einem Hashtag, eure Lieblingssorte Pizza, in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin dran geliehen seid, dann weiß ich, dass ihr den Vlog bis zum Ende geguckt habt, ja, hab schon alles gesagt, gehabt euch wohl und haut renne, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.